Samstag, der 16. März 2019. Es ist 19.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen mit Mirjam Hanna. So, liebe Zuschauer, Sie haben sich also entschieden, mal weiter zu hamstern. Und damit Hallo zur Ziehung der Lottozahlen am heutigen Samstag. Der Jackpot wächst also weiter und zusätzlich wartet heute auch noch eine weitere schöne Millionenchance. Wer möchte, wir sind bereit. Unser Ziehungsteam hat alle Ziehungsgeräte und Kugeln überprüft. Wir sind startklar. Ich sage viel Glück und Ziehung frei. Ja, dieses Mal blieb nicht nur der erste, nein, auch der zweite Gewinnrang unbesetzt. Was zur Folge hat, dass neben unserem wunderschönen 8-Millionen-Jackpot auch im zweiten Gewinnrang hier einiges auf uns wartet. Schauen wir erst mal, was unsere erste Kugel heute so von sich gibt. Es ist die 20. Kein Tipper war dabei, der auch nur die sechs Richtigen hatte. Zwei wundervolle Millionen können Sie heute also auch im zweiten Gewinnrang schnappen. Wir bleiben bei den Zwanzigern. Die zweite Kugel ist heute die 22. Ja, ganz ohne Gewinner traue ich mich natürlich nicht vor die Kamera. 277.777 Euro gehen raus in den hohen Norden. Und ich sage mal, auch ein Kreuzchen bei Spiel 77 kann sich lohnen. So, dritte Kugel ist die 10. Wir blicken weiter zu unseren Zusatzlotterien. Den Super-6-Geld-Koffer schicken wir mal gleich zweimal raus. Und zwar nach Bayern und Berlin. Glückwunsch zu euch und zu je 100.000 Euro. Die vierte Kugel ist die 14. Wie funktioniert die Ziehungsmaschine? Wie viele Leute sind beteiligt? Wer überwacht überhaupt die Ziehung? Wo ist denn die Super-6-Maschine? Fragen über Fragen. Und ich freue mich wirklich über jede und beantworte sie sehr gerne. Die fünfte Kugel ist die 46. Wir sind nicht nur live, sondern auch rund um jeden Winkel des Lotto-Studios können Sie gleich in unserer 360-Grad-Kamera begutachten. Dann sehen Sie mehr, vielleicht als sie Ihnen lieb ist. Und dann sehen Sie auch unser prachtvolles Ziehungsteam. Unsere letzte und sechste Kugel ist die 39. So, hier schön in einer Reihe die sechs Richtigen von heutigen Samstag. Vielleicht haben Sie jetzt bereits einen Sechser. Für unseren schönen 8-Millionen-Jackpot brauchen Sie aber mehr. Nämlich die richtige Superzahl. Und die ziehen wir jetzt. Ich drücke nochmals die Daumen und sage, viel Glück und Ziehung frei. Na, dann schauen wir mal, ob wir heute einen oder mehrere Tipper richtig glücklich machen können. Bei 8 Millionen, finde ich, könnte man ja auch mal teilen. Wunderschön. Unsere heutige Superzahl ist die 1. Und damit stehen alle Gewinnzahlen fest. Und die schauen wir uns gemeinsam in sortierter Reihenfolge auf dem Monitor an. Hier sind die Lottozahlen. 6 aus 49. 10, 14, 20, 22, 39, 46. Und die Superzahl ist die 1. Die Zusatzlotterien werden ja bereits immer im Vorfeld ermittelt. Hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel 77. 0, 7, 8, 4, 7, 0, 4. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6, 5, 7, 7, 6, 2, 9. Liebe Zuschauer, auf Lotto.de können Sie alle Gewinnzahlen in Ruhe nachlesen. Und eine Info habe ich noch. Der Tag des Glücks steht an. Wer nächsten Mittwoch und oder nächsten Samstag Lotto 6 aus 49 spielt, nimmt auch automatisch an unseren Sonderauslosungen teil. 1.000 mal 1.000 Euro gibt es zu gewinnen. Und das Beste daran, es kostet keinen Cent extra. Also, ich drücke die Daumen und sage, viel Glück am Tag des Glücks. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder um 18.25 Uhr. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.